schon los wieder eingestellt hast willkommen zurück hier auf meinem kanal mein name ist peacekeeper und in diesem video reden wir beim bild von nöck und mira denn im hintergrund auf der rechten seite sind paar gadgets zu sehen die erstens noch nicht im spiel sind und zweitens auch nicht mal so neu sind also die idee dahinter ist auf jeden fall nicht neu der amerikanische youtuber chorus hatte dazu ein video gemacht und ich dachte klingt plausibel klingt interessant und deswegen zeige ich euch das mal und ja ich weiß die season 2 ist nicht mal drauf und wir reden schon wohl möglich von den season 3 operatoren aber ich finde es dennoch ziemlich interessant wenn wir uns das bild genau ansehen sehen wir einmal mir und nörg das ist ein konzept art von ubisoft wir machen das immer bevor sie operator veröffentlichen einfach so grobe richtung zu haben wie sehen die operator aus und so eine geschichte zu finden mit dem haben zusammen gearbeitet fürs gadget und so weiter eigentlich gar nicht immer so wichtig auf der rechten seite sehen wir mit smoke kanister und im hintergrund an der tafel sehen wir zwei gadgets links sieht für mich nach dem benzinkanister aus und auf der rechten seite sehen wir einfach gerät mit einem haken oben drauf wie fällt jetzt der charakter nicht ein das gab es im black ops 4 oder 3 wo man hinschießen konnte sich hoch geseilt hat quasi falls ihr es könnt ihr es gerne unten in die kommentare schreiben und ich kann mir sehr gut vorstellen dass vielleicht der angreifer oder die angreiferin die fähigkeit hat sich von unten nach oben hin zu sein erstens nur für sich alleine oder auch für das ganze team wäre auf jeden fall ziemlich cool und ich weiß dass ich so eine art von idee schon einmal hatte vor zwei jahren hatte ich auch ein video gemacht zu meinen wünschen und da habe ich gesagt warum gibt es kein operator mit einer leiter der sich einfach von unten nach oben hin bewegen kann ohne treppe benutzen zu müssen und das klingt für mich auf jeden fall ziemlich cool erstens ist nicht so op und zweitens würde das wunderbaren spiel passen einfach noch mehr taktiken ermöglichen klar das ist jetzt reine interpretation aber ich finde die idee an sich gar nicht mal so schlecht und würde mich richtig freuen und ganz rechts sehen wir doch eine 3 also season 3 aber ist halt nichts offizielles aber wenn das wirklich so sein sollte meine freunde dann wären wir einfach der king gemeinsam als community aber schauen wir mal ob das wirklich so kommen wird was haltet ihr eigentlich davon von operator sich von unten nach oben hin sein kann ich persönlich finde es richtig interessant und ermöglicht wie gesagt richtig viele taktiken und auf der linken seite sehen wir ein benzin kannister mit einer flamme oben drauf und oben steht feuer fragezeichen also ich kann mir gut vorstellen dass wir ein smoke ersatz kriegen erstens haben wir sowieso feuer im spiel kapital und warum auch mal nicht für die verteidiger vielleicht könnte man das so machen dass man benzin kannister irgendwo an der tür platziert und falls sich ein eingreifer nähert geht das ding in flammen auf so dass die eingreifer nicht rüber gehen können oder dennoch rüber gehen aber extrem schaden nehmen als kleiner smoke alternative oder man macht es wie ein gta 5 denn man konnte ein gta 5 benzin ausschütten auf dem boden werfen wenn man dagegen geschossen hat ist das ding in flammen aufgegangen könnte man auch machen einfach so ein bestimmten bereich für eine zeit lang zu blocken so dass die gegner da nicht planten können oder auch gar nicht reinlaufen können finde ich auf jeden fall auch eine coole idee feuer haben wir schon und warum nicht smoke 2.0 aber die angreifer sollten dennoch eine möglichkeit haben dagegen was zu tun indem zum beispiel so eine kleine pfütze sehen und erahnen können gut da wurde benzin ausgeschüttet und wenn ich da entlang gehe ist die wahrscheinlichkeit hoch dass da gleich was brennt eure meinung gerne unten in den kommentar schreiben und wie gesagt ist nichts offizielles reine interpretation von mir also damit ihr bescheid wissen wir haben davon und das war so ein kurzes video falls ihr so eine art videos gefällt auch unten in den kommentar schreiben und wenn ihr das video gefallen hat würde ich selber einen daumen nach oben freuen und wenn euch abonniert das gerne abonnieren und die glocke aktivieren macht's gut bis zum nächsten mal und ciao